Hallo, willkommen bei Candy, Katze, Hund. Heute darf Götz sein 15. Türchen aufmachen. Ich habe vorhin beschlossen, dass Götz und ich den Kalender wieder zusammen aufmachen werden, weil der eh schon sowas von hinüber ist und ich denke, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Viel schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Hier ist die 15. Hier ist die 15. Nicht hier unten. Vielleicht gibt es was Schönes, hoffentlich. Komm mal, dann lecker die raus. Ja, du hast sie gleich. Oh, fein! Abgesehen davon, dass ich die Sorten sowieso nicht kenne, auseinanderhalten kann, und man weiß, was das ist, bin ich der Meinung, dass ich das so noch nie gesehen habe. Hier. Was? Nee? Nee. Oh, ist das gar nicht deine Welt? Echt, nee? Sollen wir das alles wegtun? Oh, ich finde aber auch, dass das stinkt. Das riecht wie Ziege. Nee? Schade. Brauchst du ein Ersatzleckerli? Ich habe für Götz jetzt mal eben schnell einen Ersatzleckerli organisiert. Ein kleiner Hundekeks in Städtchenform mit Käserindgeschmack. Super, die liebt er über alles. Nein, er schüttelt. Fein schüttelt! Leider hat es Götzi heute wieder nicht geschmeckt. Also ja, nicht mal ein bisschen. Er fand es ja ohne die Tüte nicht mal annähernd interessant. Er war gleich so irgendwie auf... Ihhh, eklig. Nimm mir das weg. Scheinbar ist nur jeden zweiten Tag irgendwas drinne, was ihn interessiert und was er dann auch wirklich mag. Demnach müsste morgen was drinne sein, was wieder nach seinem Geschmack ist. Wir schauen einfach mal. Ersatzleckerlis habe ich ja jede Menge hier rumliegen. Wenn ihr mögt, seid doch auch morgen wieder mit dabei, wenn Götz sein 16. Türchen aufmacht. Bis dahin! Ciao, wau, wau! Wau, wau, wau! Wau, wau, wau!